Irgendwie wirkt das gemütlicher jetzt mit der Kamera, findet ihr auch? Das wirkt irgendwie voll gemütlich jetzt, meine Meinung. Also meiner Meinung nach wirkt das jetzt irgendwie alles so ein bisschen wärmer und gemütlicher. Ich weiß nicht, ich mag es irgendwie. Hier mal ein kleines mal wieder. 184 Zuschauer, gibt es jetzt nicht kleiner, noch kleiner? Wir wollen es noch kleiner! 26 Zuschauer, neue Kamera, hihi. Die sieht legit aus, als würde sie gleich einpennen. Kamera, hihi. Da bin ich irgendwie voll dafür. Komm, wir machen die mal wach. Komm, wir machen die mal wach. Scheiß drauf. Arne, rüber. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ich übernehme keine Garantie für irgendwas. Aber neue Kamera, hihi. Wo zählt's? Das ist doch nicht echt, oder? Das ist, ist das wieder ein Bot, oder was? Junge, was? Was geht jetzt hier? Hä? Nein, das ist nicht, das ist doch jetzt wieder so ein Bot, oder so, oder? No, was geht's hier ab? Oh, krass. Ja, also hässlich, wir kamen an alle. Ach, krass. Ich saß drei Stunden und hab versucht, diese Kamera zu installieren, und ich hab's nicht hinbekommen. Warte mal, ich muss, ich muss mich irgendwie bedanken. Guckt der gerade zu? Zufällig? Oh, krass. Boah, ey. Okay. Dann geh ich jetzt mal auf Instagram. Wir machen denen jetzt mal eine Sprachnachricht. Hihi. Hihi. Okay, ich mach jetzt eine Sprachnachricht. Hihi. Hello. Ähm, ja, ich sitz gerade im Stream, und ich hätte niemals damit gerechnet. Ich wollte mich sehr, sehr, ähm, vom Herzen bedanken bei euch für den Raid. Ich hab mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich bin voll aufgeregt. Ein bisschen cringe, ne? Aber Leute, ist halt so, ich freu mich einfach. So, weiter geht's jetzt. Wir gucken jetzt. So. Ich hab aus Versehen ein Kind gehauen. Ich hab den, ich hab diesen Move mit der Mom gemacht. Ne, dieses meiner, ein Haus, ein Haus für meine Mama. Und dann, und dann kam das Kind so, wollte an mir vorbei, und ich hab sie kurz mit dem, mit dem, mit der Hand getroffen. Das Kind. Was? Die erste Zahlung, bitte nicht mehr schlagen. Oh, das ist geil. Das war eine Dunation, ne? Daraufhin, geil. Ey, nein. Ey, was ist das für ein Spiel? Ich brauch das. Das ist nämlich das Ding, warum das so wichtig ist. Boah, Leute, Fall Guys, ne? Ich raste immer so aus bei Fall Guys, ne? Fall Guys ist so eine Kacke. Boah, aber man möchte es trotzdem spielen, ne? Geile Clips zu machen. Also, wenn ihr Clips machen wollt, ne? Äh, ich weiß gar nicht genau. Wo muss man denn hier draufdrücken? Dadurch, dass das nicht Twitch ist, äh, nicht da. Stimmt, das ist ja gar nicht Twitch, das ist YouTube. Jetzt gerade hab ich auch keine Frames mehr, die gedroppt werden. Aber, ey. You never know. Hey, ist das jetzt mein Video? Ich hab keine Ahnung. Er, er schwankt halt. Ihr bringt bestimmt Leute um. Wenn ich da oben rechts hinlaufe, ist da bestimmt jemand den Franzi umgebracht. Okay, ich dachte gerade, das bin ich. Geht er jetzt hin und dann ist da jemand, der tot ist. Ich hab das einmal gespielt, das Spiel. Äh, mit einem Kollege. Also, der streamt auch. Und, ähm, wir haben, äh, das ist der, der ist der liebe Lukas. Und wir haben das Spiel gespielt. Und ich hab das zum ersten Mal gespielt. Und dann, ähm, war es so, dadurch, dass ich halt ein Off-Lost gemacht hab und noch keine Ahnung hatte, wie man das Spiel spielt, konnte ich halt, war ich halt die Erste, die, äh, hier Mörderin ist, ne? Und dann konnte ich halt mit meiner losten, verpeilten, ahnungslosen Art, konnte ich dann so gut lügen erst mal. So mäßig, hä, ich kenn das Spiel, also ich muss ja erst mal reinkommen und so. Ja, lass, save mal gerne Among Us, ich hab echt Bock drauf. Yoga, es war schön im Bett. Geil. Boah, Junge, Alter. Boah, ich bin, ich bin so schreckhaft. Ich will so ein fucking Tanzautomus. Die kenn ich, die kenn ich tatsächlich. Die kenn ich von TikTok. Die da kenn ich von TikTok. Kenn ich tatsächlich. So ein DDR-Ding. Ne, nicht so ein, also dieses Step-Up-Dingens da mit diesen Bildschirmen und diesen, ähm, Pfeilen auf dem Buch. Ja, aber das ist doch DDR. Das ist doch so, ich dachte mal, ist die deutsche Demokratie. Nein! Dance Dance Revolution heißt das. Ja. Ja, blauer. Hä? Hä, wie cool sieht die denn aus? Oha, voll schön. Sie ist mega schön. Sind das, ist das eine und dieselbe Person? Hier steht feine Katze. Hier steht feine Katze. Das, ist das, ist das der, sind das der eine, sind das die gleichen? Dankeschön. Ja, legt mich doch einmal an. Ich hab, check, das ist die scheiß Idee. Ich fühle mich. Ist das, ist das Lauf? Ah! Da hängt schon wieder wer. Oh Gott. Ich schwöre. Das war bei der Mortuary, äh, äh, Mortuary Assistant. Assistant? War das auch so? Boah, das, ey. Was ist das? Du erschreckst dich, dann steht da so eine Gestalt, drehst dich um, auf einmal steht da wieder jemand, ne? Juhu, es war so ein Herzinfarkt, ehrlich. So ein fucking Herzinfarkt. Sechs Monate? What? Warte, ich glaub, sechs Monate hat letztens auch einer bei mir gemacht. Ja, sechs Monate tatsächlich. Ich so, what the fuck, was geht jetzt ab? Ich hab's einfach für ein halbes Jahr gerade in Zappi geschenkt bekommen. Der Arme. Was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, der Arme? Ich liebe bei der Ronin, aber. Das ist RP, ne? RP, den Stufen mit Schild, mit Vorsicht, äh, Treppe. Nee. Das ist so ein Ende. Die Stufen mit Schild, mit Vorsicht, äh, Treppe. Voll geil. Ich als Cuphead-Spieler bin jetzt offended. Hä, 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 hä. Hä, hä. Hä? Oh nein. Ich hab nicht geschuckt. Alle haben dasselbe Mikro. Das ist auch einfach das Beste. Nein! Was? Ich dachte, das ist ein scheiß Rennen. Wir haben jetzt einfach los. Und jetzt merke ich gerade wieder, es ist zu ruhig. Wir hören gerade nicht mal am Vogel zwitschern. Also muss ich jetzt singen. Ach ja, doch. Gut, es hat mich gerettet. Ich sing jetzt nicht mehr. Hä, hä. Was ist denn Timing, ey? Okay. Stirb. Hinterhau, komm, zeig uns, tränke ich Schwein. Ugaratscha, ich zünde dich sonst an. Du hast drei Sekunden Zeit, bevor ich dich anzünde. Drei. Du wirst brennen, Alter. Zwei. Ich brenne. Hey, ist das... Ja, das ist The Last of Us. Boah, das ist auch ein geiles Spiel. Auch ein geiles Spiel. Ich hätte jetzt noch andere Spiele, aber die sind alle nicht installiert. Pinky Peach. Ich habe mir gerade fast den Strohhalm ins Auge gestochen, weil ich vergessen habe, dass ich ein Strohhalm habe. Das sieht man auch immer... Oh. Was zur Hölle war das denn? Jetzt muss ich meinen Streaming aufmachen. Das ist genau so schlimm wie ich, das ist so lustig. Das ist so gut gerade. Ich fressen, ne? Scheiße. Ja, drei, natürlich. Hä? Wie viele Drittel ergeben ein Ganzes? Aber dann habe ich doch ein Neuntel. Und nicht ein Drittel. Wenn ich dreimal ein Drittel mache, habe ich doch... Boah, Junge, da bin ich schon wieder raus, ne? Dreimal ein Drittel ist doch... Ne, drei plus. Dreimal ein Drittel. Warte mal, wie war die Frage nochmal? Wie viele Drittel ergeben ein Ganzes? Aber dann geht doch nur ein Neuntel. Das kann doch niemals ein Ganzes werden, oder? Jetzt mal no doubt. Mein Glied ist gerade Matsche. Ich muss das mal zocken, lieber dich. Ich glaube mir, lieber nicht. Glaub mir, lieber nicht. Krise. Wer geht auch so lust? Fuck. Ich bin nur hier, weil ich nachts durch eine Gasse gegangen bin, in einen Dumpfusschmerzen ge... Ich hab auch so'n Sound-Alert. Und der ist so'n Scream. Also halt so, ähm... Sag schon. Wie heißt das hier? Jumpscare! Ja, Jumpscare! Oh mein Gott! Und das machen die immer zwischendurch an, wenn ich, äh... Wenn ich so'n Horrorspiel spiele. Und ich... Leute, ich hab mich so erschrocken jedes Mal. Junge! 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 Boah! Alter! Oh Mann! Leute! Junge! 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 Warum macht ihr das? Nur durch... Warte mal. Nur durch Bits kann man, äh... mich runterkicken. Wie geil ist das denn? Oh, nevermind. Hahahaha. Liegestopu an dem Himmel. Wir haben einen kleinen... Penis! Ah! Oh! Was ein Timing, krass! funktioniert funktioniert ich werde nicht mehr ist kaputt ihr müsst eine sache wissen alter der hat ja einfach kurz keine luft bekommen oh mein gott diese spielen ich schwöre ich krieg so aggression bei so einem spiel bei dem spiel kriegt solche fucking aggression holy shit so weit war ich noch nie ich war noch nie so weit aber man steht doch echt manchmal so dumm oder mein platz also könnt ihr den auslösen könnt ihr den auslösen mit irgendwelchen mit bits oder donation oder was ach so ich habe keine vier solche schnauze ja trotzdem donation goal nein hilfe Hallo, es ist schön, ein freundliches Gesetze. Was ist mit dem Tüten? Junge, ich hab mich gerade so erschrocken. Leute. Leute, ich feier das mal. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, ich hab keinen Bock mehr. Mach deinen Stream alleine. Oh Mann, der Arme, ey. Oh, guck mal. Wir haben hier die, 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 äh... Vertikal oder Vaginal? Nein, nicht Vaginal! Das sind alles nur Aufrundwerbungen. Hä? Da waren sie doch. Was? Aufrundwer... Auf... Aufrundwerben! Aufwerb... Hä, das ist Fortnite, ne? Sag mal, was will ich denn gerade sagen? Aufwärmrunden! Habt ihr auch dieses Interesse? Dass ihr mal gerne wissen wollt, wie fest man mit den Zähnen an der Haut beißen müsste, bis man das abweißen müsste, bis es wirklich abgeht. Und wie sich das anfühlen würde, wenn man drauf rumkauen würde. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, same! Ich weiß bei Toro immer alles... Ich auch! Wo kommen die denn her? Was? Mehr davon. Dankeschön! Die Dinger aus dem Boden! Hallo! Das ist Wasser. Mhm. Okay. Was ist das denn? Hier! Futterzeit! Am, 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 am! Aber die sind doch alle echt voll sympath... Also die kommen ja alle richtig sympathisch rüber. Am, 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 am. Oh Gott! Ich hab hier keine... Ja, aber das ist den anderen irgendwie auch so. Weil bei mir war das jetzt die ganze Zeit fein. Und wir dann... Was für einen Anbieter hast du? Vodafone. ich könnte milchbaum wahrscheinlich mit scharfsinnen ausstechen aber ich glaube meinem boxkampf ich glaube die spielt dreckig ich glaube die zieht an den haaren und wirft mit sand und ich glaube da 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 verliere ich glaube ich dbd wie geile spiel flex habe ich auch sagt die mir gerade einfällt da ist mein gameboy advance vergraben denn ich habe heute ein glas mit wasser persönlich auf dem schreibtisch umgekippt und es hat mein gameboy advance erwischt und einige andere dinge aber hauptsächlich den gameboy advance und ich hoffe dass der reis ihn retten wird abföhnen reicht ok ok pass auf pass auf wirke ich wie eine person die einen fön besitzt hat uns in dem mod chat ein bild von sich geschickt mit milchi weil er sie ja getroffen hätte ach also so das ist nicht milchbaum das ist mir baum sorry also ja kommen schön muss etwas kommt ja ganz schön ja da ist was im weg ja genau warte ich muss kurzes helfen für meine freunde zu hause machen warte mal ich werde gerade voll gecheckt von so einem rollstuhl monster ist richtig scary spooki halloween vibes hashtag selfie hashtag running for my life oh gott hier komme ich doch hier komme ich da in besoffenen kopf wieder weg ach so dass das alte gta gta 4 ich bin Ja, das ist perfekt. Okay, so? Ja, perfekt. So, in front of your face, so that people can see it. Okay, I'm gonna put this rubber band here. So, it's in front of your eyes, in your hands, right? It is indeed, yeah. You're in control. And can I go through here? Can I go through here? And not even here, right? Yeah. Is there something weird about it? So, if I'm gonna do a little rub like this. No, stop it! It's just gonna go through. Like that. I love it! Katja, what are you doing? I wish I could also destroy it, ey. I wish I could destroy it. Yeah, that's so cool, if you can. You can just impress each other, no? You can just impress each other. Katja! Katja! Katja hat einfach diese anderen Beinmuskulatur. Mit einem Bein? Okay. Was? Ich bin's nicht. Ich krieg grad nen Anruf. Moment. Ja, hallo. We have found some illegal activity on your Austrian Identity Card 4. Drug trafficking and money laundering and some suspicious activity. You have to press one to resolve the case. Ja. Das klingt sehr legit. Genau so wird es klingen mit so ner Stimme, wenn so was passieren würde. What the fuck? So, lass mal. Können wir hier rein lonzen. Man sieht auch wirklich nur seinen Sichtkegel. Serious Kegel. Wenn einer hier stehen würde, würde ich ihn erst sehen, wenn... Oh. Leck mich. Habe mir gestern eine neue Couch gekauft. Frau Käufer sagt, da haben bequem 5 Leute ohne Probleme Platz. Wo bekomme ich jetzt 5 Leute ohne Probleme her? Schön. Es geht hier wirklich um Private Details. Private Details. Ja, also wenn wir gleich zu den Sachen kommen, Sonja, zwischen uns beiden, dann werden die Private Details ja ganz toll. Oh. Ey, Leute. Guck dir mal dieses Kuscheltier einfach an im Hintergrund. Die du magst und die du nicht magst. Geheimen Tadels spillen wir hier nicht. Nichts geheimen Tadels spillen. Oh Mann, ich hab dir das mit meinem Tadels vertraut. Oh. Das Spiel habe ich letztens gespielt. Und alle haben mich ausgeschimpft, weil das langweilig ist. Ich fand das Spiel voll cool. Aber es war echt creepy, muss ich sagen. Es war immer so lust, Alter. Ich wusste einfach nicht, wie man den Kaffee und so zubereitet. Und ich so, hä? 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 Ja. Echt jetzt? Muss es sein? Ich schwöre, das kenn ich. Ich fand's cool. Ich fand's cool. Ich fand's cool. Ah. Okay, okay, okay. Also ich finde das so gut. Was ist das für eine Lache? Wir jetzt mit einer auf so eine Fluchshupe drücken die ganze Zeit. Beschleunigt. Oh nein. Ich bin schweinig. Okay. Lass doch praktisch machen. Klo, 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 Klo. So. Hallo Hintergrund. Ich grüße Hintergrund. Warte, ich grüße mal kurz hinter der Hintergrund. Ah. Ich sehe... Hallo Chat. Hallo Chat. Ach, jetzt sehe ich das erst. Ach so, warte. Ich drehe mich mal kurz. Boah, Neckron, finde ich total toll. Ich finde den einfach so fucking sympathisch. Ich mag den echt so, so gerne. Ehrlich. Ich habe den immer schon früher so gerne geguckt. Kurzum, ja? Oh. Hä? Was macht ihr denn alle hier? Was ist denn zu Hause gekommen, Leute? Hä? Hat er gar nicht mitbekommen. Hä? Ich möchte euch Bob vorstellen. Hui. Tschüss Bob. Oh, ist wieder ein Spinnnetz geflogen. Ich freue mich, an die Kollegen Taser Ankündigung rauskommen. Oh. Wisst ihr, wie oft mir das einfach bei IP passiert, dass ich irgendwen immer irgendwie boxe? Siehst du, in aktuellen TCG-Folge zu witzig. Ist echt gut, muss ich wirklich sagen. Find ich cool. Ich kann es einfach nicht, weil ich dumm bin. Es kann nicht immer so sein, dass ich mit all diesen... Was? 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 ich liebe diese dummen clips einfach wo man sich so denkt so what the fuck alter und er also okay weiter kinn runter ich glaube irgendwie so ein armee fotograf sind auch nett so aber das ergebnis wegen des themas du wirst immer jünger fang so ich sehe aus wie 48 und ich bin ja gute laune bär ja oder aber ich sehe auf meinen bildern sieht auch total bescheuert aus ehrlich also so bekloppt wie ich da aussehen ist okay dass ich in meinem wer sieht denn da nicht wie es aus wobei es gibt leute die sehen echt gut aus dabei hängt mir immer so okay heute mache ich ein geiles bild da mache ich mich so fertig denke ich so war mein cooles passbild von mir ja dann sehe ich mich da dann guck ich mir das bild an ich mir so dein ernst dein ernst stream erzähle wie mein tag war den mund sollst du halten ich bastel mir was zu essen die pizza ich komme hier nicht raus ist es so eng warum ist es hier so eng könnte einfach ich sein einfach ich einfach ich wo bin ich denn profi tipp wer die pizza nicht in den ofen tut kann sie nicht verbrennen lassen oh nein oh das ist lost könnte aber auch ich sein scheiße oh nein resident evil das ist geil na große klasse willst du mich verarschen also du willst mir sagen dass ich auf dieses floss schießen muss ohne das hoch zu jagen aber ich will auch mal so spielen mit wie er es war gar nicht so schwer weil warum was hey wo hat kadhi oh ihr seht das falsch oh mein gott nein das sind geschlossene augen und das sind die augbrauen da oben und das ist der mund er ist jetzt doch kein schlupper stimmt das sieht voll so aus wow stimmt und nein jetzt kann ich es auch immer noch so sehen tschüss 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 aus erzingen tschüss das war übrigens der färtsche knopf die sehen uns noch aber mach ruhig weiter kein problem tschüss tschüss abonniert Twitchclips Germany jetzt ich wie ja ey ich sterben ja mein erster tg-stream tg-stream tg-g ja interessant leute Musik